Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tekken 8 Closed Beta Video. Wir machen wieder Session Rank Matches, wollen mal gucken, wie wir uns da schlagen werden. So, dann machen wir mal die Arena, die finde ich am schlimmsten bisher, da wird es bestimmt noch ein paar andere geben. Den Anfang machen wir noch mit und dann schneide ich immer zu den anderen Kämpfen ran und hier ist schon mein erster Gegner, hallo. Die haben ja schon alle diese Designs, ne, mein Gott, oh und mein erster Dings, Murder Match. Das ist Weihnachtskostüm, erzähl mir nix, auch wenn es Federn hat. Ja. 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 Das habe ich gesehen. K.O. Das ist sicher. Richtig Tock gemacht. Das ist immer safe. Das war es. Das ist sicher. Ich bin ein bisschen ansprer. Ich habe die Bühne genommen. 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 Ah, der macht mir die mit diesen Beinfeger Probleme. Bitte was? Das geht? Ich kann das nicht kontrollieren? Okay, interessant. Soundprobleme. Mitat. Mitat, Mitat. M法 Northernnyng. M Jahre. Maks Hungen. Gera. M energische Werture ausbeden. Amものen. Gera. M magnet,üllt,net. Geh doch. Man lernt aber relativ ein bisschen was. Tja, Tja. Ha, Tja. Hup! Huh? Ha! Yudah! Tja! Yaaah! Mandai! Tja-hah-ah! Tja-hah! Seb. Waaah-ah! Round two. Fight. Oh, einfache Steuerdung kommt schon. Was?! Das ging durch? Ach komm! Da hätt ich greifen sollen. Scheiß. Wieso? Das ist nicht safe. Meine Fesse. Blattling! Ach so, jetzt kommst du mir so? Ach so, ja? Null verstanden wieder. Aber auch gut. Ah, ihr habt es bestimmt gesehen. Ich versteh es tatsächlich. Ja, was? Ach so, ich. Ach so. Ach so. Round one. Fight. Ach so, ich nehme an! Ach so, ich nehme an! So. Keine Antier. Guck mal, der drückt nur Köpfe. Ich komm nicht ran. I don't get it. Guck mal. Hahaha, das ist doch bescheuert. Ah, komm. Wer kann weiter drücken? Klar. Ach komm. Hä? Hä? Guck dir das an? Das ist doch billig. Komm. Nee, sorry. Da hört wirklich echt irgendwann meine... Ey. Das ist nicht... Was ist doch ein? Ja. 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 Jetzt dicke. Ja. 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 Klar. Rückenbaby! Alter, das ist... Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt nicht trifft, dann bin ich traurig. Wieso klickt er mich? Wieso? Wieso? meine fesse trotzdem noch gewonnen alles klar dann sehen wir uns beim nächsten Kampf okay unser nächster Gegner ein Law oh ich kann jetzt nichts machen jo jo kann nichts machen das ist wieder so ein prominentes Beispiel nix machen ja Ah, du bist nass. Einfach ballern! Mann! Er ist im Plus! Wo ist der im Plus? Mann! Oh, Leute! Schaumprobleme! Hey, da! Was ist das denn? Natürlich! Ach, der setzt das doch gleich ein. Ja, der hat mich fast damit gekillt, Alter. Tschüss! Ah! Ja, 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 ja. Das ist doch lächerlich. Das ist lächerlich. Ah. Nur Armballern. Leute. Entschuldigung. Aber mich nervt das ein bisschen. Kannst du mal nicht im Plus sein? Das ist doch nicht im Plus sein. Jupp. Baller. Einfach ballern nur. Ey komm. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was ist das? Komm mal. Der macht ne Kombo. Als wäre das Plus. Okay. Tschüss. Alter. War start. Super. Ich soll dich doch транz , Überraschung. Was tree ihr? Ja. Geh es mir auf den Sack. Nur ein Ballern! Alles drücken was geht! Alles drücken was geht! Ah, wie ich das hasse. Wie ich das hasse manchmal. Egal. Wie mir das nix bringt! Mein Armor-Move! Boah, leck mich! Immer drücken, ballern, ballern. Also, ey, sorry. Machen wir weiter. Der nächste Gegner. Asuka. Mein Gott, Entschuldigung. Für meine kleinen Rant, aber... Ey, ich merke, wenn der Typ nur am Raushauen ist und du verlierst. Das ist schade. Ja, das ist fies, aber das gibt's ja schon lange. Ja? Ja? Das ist etwas, wo ich sage, ja. Das ist etwas, wo ich sage, ja. Da steckt Arbeit drin. Das ist schade. Tja, man kann sprechen, super. Okay, let's go. Bad Attack. Naja, du steckst da schon Arbeit rein. Round 1. Fight. Ja, du kannst nicht aufstehen. Ja. Ja. Drausen. Ja. Du hast gerade gespĩt. Vierl. Schöne. Ja. 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 Oh, Jaggen. Ich kann sie nicht greifen, obwohl sie vorne steht. Ich versteh's nicht. Da. Echt jetzt? I don't get it. Manchmal bei diesem fucking Game. Äh, gegriffen? Ja. Toll. Okay, ich kann Leute nicht aus der Situation greifen. Gut. Muss man abwarten. Entweder du kannst es oder mit einem Move kannst du es nicht mehr. Ah, das ist... Ah, ich fuck mich echt. Jo. Guck dir das doch mal an. Ach komm. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Ich kann es nicht mehr ... Man kann nix machen bei den Scissor-Kicks. Ach, das ist doch bescheuert. Meine Fesse, ey. Boah. Yo, klar. Keine Kombo. Yeah. Oh, klar. Nöp, die Nehmeh. Ah! Meine Güte. Das hat immer Pleo. Ach komm. Yo. Ich hab gleich verloren. Wo ist meine Energie? Wo ist meine Energie geblieben? Keine Ahnung. Ich weiß es manchmal nicht. I don't get it. Du kannst einfach nur ganz nach vorne gehen. Ah. Einfach nur nach vorne gehen. I don't get it. Wie kann man einfach ohne Bedenken Moves machen? Ah egal. Sehen wir uns beim nächsten Kampf. Das ist so die Frage die ich mir echt die ganze Zeit ja stelle. Wie kann das sein dass du solche großen Moves machst du blockst die im ersten Hit. Äh ist es. Ah. Da muss man alles wie das ist wirklich neu kennenlernen. Das ist für mich zu wenig Zeit um das zu checken. round one fight Was ist das für ne Heartbox, Leute? Ey, ich bin oben und er trifft mich beim Aufstehen Warum bist du im Plus, du bewegst dich? Da! Ja, sein Ammo-Move kann ich nicht brechen, geil! Ja, sein Ammo-Move kann ich nicht brechen. Ja, sein Ammo-Move kann ich nicht brechen. Ja, sein Ammo-Move kann ich nicht. Ja, sein Ammo-Move kann ich nicht brechen, aber das ist jetzt. ist mir so egal ich weiß nicht was du mit deiner verbindung hast junge aber wow ja den werdet er wird mich jetzt versuchen fertig zu machen ja wahren in und 2 2 1 2 3 1 2 3 oder 1 1 1 2 2 2 1 1 Das ist so lächerlich. Wo ist meine Energie? Boah, das ist so lächerlich. Wo ist meine Energie hin? Echt. Alter. Yo. Natürlich. Ach komm. Wenn ich Kombos mache, ging ich in die Fresse. Wenn die Kombos machen, die dürfen oder was? Haha. Ist klar. Klar. Ist klar, Juge. Klar. Schwing vorbei. Schwing vorbei, Alter. Immer derselbe, dumme Scheiß. Oh, ich fass es nicht. Meine Güte. Komm schon. Ach so. Klar. Ich bin. Schwerk. Papa. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, ich bin. Das istin. Ich bin. Ich bin. Ist er sicher? Der wartet nur! Meine Fresse! Junge, 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 Junge! Jo, jetzt macht er Sidesap! Treiben! Und Kombo! Ballern, ballern, yo! Ah, der kstickt mich doch! Ja, der wartet nur und drückt noch, Mann! Äh, sorry, aber dass der mich noch zifft, dass der mich noch zifft in dem Juggle, I don't get it! Oh, und der zifft mich von 10.000 Metern! Jawoll! So, nochmal kontern! Oh, komm, mach fertig! Du verarschst mich doch 10.000 Jahre! Entschuldigung! Ah! Naja, das war mal wieder nix! Okay, sehen wir uns beim nächsten Kampf! Ein Brian-Spieler! Das könnte sehr schnell vorbeigehen! Komm schon! Kinder? Mann! 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 Hä? Ich hab's nicht verstanden. Ich bin unten und er tippt mich mit. Und ich bin nicht mal aufgestanden. Ich hab's nicht verstanden. Versteh ich manchmal nicht. Echt. Das ist doch wirklich nur Ballern! Mann! Ach komm! Boah! 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 Beタpplich! Boah! 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 Das war's für heute. Meine Fesse! Abwarten, abwarten! Diese Combo-Strings, Leute! Komm schon! Round 1, fight! Oh ja! Meine Fesse, I don't get it! Das war's! Die warten einfach alle! Okay. Alle, alle erwarten sich. Round 3, fight! Das ist Barland, das ist so Barland. Guck mal! Das ist ihm scheißegal, er drückt nur Knöpfe. Mann! Meine Güte! Das sind Lücken! Äh, Barmo-Move! Danke! Meine Fesse, wozu hab ich diesen Amo-Move? Ja! 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 Er hat gewonnen! Er hat gewonnen! Weil er drückt! Weil er drückt! Ich kann es manchmal echt nicht verstehen! Ahh! Weil er drückt! Ja! 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 Entschuldigung! Das ist dann ja nur, dass du nach vorne gehen! Alter! Nix trifft! Wow! Alter! Entschuldigung! Junge Du kannst doch nix Du bist doch nur am Ballern, Mann Hier Bam, bam Bam, bam, bam Klar Ich bin null safe, kann keine Kombo machen Ey, der kann ja mal rein Was ist das? Yo, klar Keine Kollision Alter Ich komm nicht raus Ein wildes Rumgedrücke ist das hier Mann Meine Fresse, Entschuldigung Gott, gib mir das auf die Eier Gut Machen wir weiter Ja, Susana Round one Fight What? Bitte was? Ich werde von leichter Steuerung kaputt gemacht Okay Einfach drücken Oh Mann Ich darf nicht mal meinen Heat Rush Modus machen Die Alter Trong Wie Gut Ich werde von leichter Steuerung Die Did Die 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 Meine Güte. Hallo, Amo-Move. Hallo. Alter. Jawoll, Alter. Yo. Yo, Ball an. Einfach Ball an. Wozu nützt mir dieser scheiße Amo-Move? Bomm, Alter. Alter. Ich weiß zumindest, was ich da drücke. Meine Fresse. Alter. Nee, willst du nicht? Ja, dann tschüss. Sehen wir uns beim nächsten Kampf. Okay, Feng Wei. Wollen wir mal gucken. Oh, ich krieg hier so ein High-Level-Ding. Ist das schon zwei Level über mir? Wow. Round one. Sieht er dann? Ja. Oh, er steht einfach rauf. Klar. Cheers. Ja. 1-0-2-4. Hey, mach 1-3 Und wieder Knopf drückt. Wieder verloren. Ich bin so unachtsam hier. Aber ich habe noch kein Gefühl für den Schätz hier. Ja, das ist so, ich hätte mich auch hinschränken können. Das ist genau derselbe Scheiß. Bis zum nächsten Mal. war einmal gewonnen immer strike keine ahnung er darf einfach stehen und machen natürlich gewinnt er weil er bloß ist ständig das man einfach nur nach vorne ballern muss manchmal ich kapiere es nicht das ist unfassbar ich komme noch nicht klar hier mit man ok schauen wir weiter ok na so wir sind ja und 1 so ja 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 Das war's für heute. Ah, dass ich mein Momentum auch nicht so gut kenne, das ist auch blöd. Ja, klar! Ich hab keine Ahnung, war die Framelt hier richtig eimpig. Wow, Alter! Greifen, greifen wir es heute nicht! Ich weiß, wusste, dass ich gewinne, weil die hatten keine Energie mehr. Ich hab keine Ahnung, war es gut. Verloren. Verloren, weil, ja, Rage hat wieder. Ah, Mann, ey. Und das noch bei so einer Dome-Verbindung. Wieso habe ich mich hier auch eingelassen? Nex, Nex funktioniert. Nex funktioniert hier. Meine Fässer. Aaaaaah! Shoo! No! There! Yeah! Yeah! No! There! Ahhhh! Gott, ist das eine Scheiß-Verbindung, Junge! Fight! Ah! Das war's für heute. Ah! Geben, 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 Geben. Aber das ist echt nicht mein Style eigentlich. Abwarten und dann Knopfzocken. Komm schon! Round 1. Fight! Fight! Jaaaah! Ah. Ah, ich weiß nicht, ob jetzt mich die schlechte Verbindung gerettet hat oder das, aber ja. Okay, dann wollen wir noch einen Kampf für die Session machen und dann wollen wir mal schauen. Letzter Kampf gegen einen Law. Oh, shit. Naja, wollen wir mal machen? Wollen wir mal schauen. Ich kann diese Scheiß-Offensive nicht von dem Kippen. Der macht mich einwandvollständig, als hätte ich nie Tekken gespielt. Jupp. Immer derselbe Scheiß. Jupp. That bad next. Jetzt habe ich einfach nur nach vorne gespielt. Wie der Typ. Ich bin. Immer derselbe Mist! Wow! Gott! Ich komme darauf nicht klar. Ah, ey. Ah! Scheiß, die Wand war mir. Ich fasse es nicht. Ich komme nicht gegen ihn gleich. Er macht einfach. Du bist doch offen wie Sau. Oh! Das verliere ich. Er kann einfach durch. Ah, ich weiß nicht. Letzter Versuch hier und dann bin ich raus. Ich brauche Ruhe und fertiges Spiel. Ich brauche da wirklich ein bisschen mehr Zeit. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Okay. Ich brauche es nicht. nicht draus, du darfst nichts machen. Was ist das? Boah. Bitte was? Die hat Amor? Ich kann nicht aufstehen. Danke. I don't get it. I don't get it, man. Alter. Wozu hab ich den Scheiß? Wozu hab ich den Scheiß? Wieso kann man das mit leichten Schlag kontern? Bitte? Wozu ist mein Heech-Rusher? Ich kapier das nicht. Alter. Alter. I don't get it. I don't get it. Okay. Alter. Das kann man aufhalten. Das kann man aufhalten, Alter. Das ist doch so langsam. Ich kenn Lilly. Guck mal, die drückt nur Knöpfe. Nur Knöpfe. Du kannst nichts machen. Sorry. Das ist doch so schnell. Und wieder Knopfstopping, es ist nur, er trifft nur Knöpfe, die ganze Zeit. Achso, ja gibt's Lücken, Leute. Er ist nur am Ballern! Wie kann man das nicht bestrafen? Jungs, ah, I don't get it. Naja, was soll man machen? Oh, Entschuldigung Leute, das war's mit der Session Tekken 8 Closed Beta. Ich hab keine Ahnung, wie was hier funktioniert, absolut nicht. Also, anscheinend sind Kombos, haben jetzt mehr Priorität als damals. Weil du kannst die einfach nicht punishen, du kannst nix machen. Du kannst nix machen, das ist einfach warten und dann weitermachen. Das ist so, als würde ich irgendwie hier Mortal Kombat spielen. Das ist irgendwie so das Gefühl, was ich gerade hier habe. Aber ich verstehe auch das Spiel gerade nicht. Weil vor vier Monaten hat sich das noch ganz anders gespielt. Jetzt muss man das ohne das Heatsystem kennen und mein Konter funktioniert nicht richtig. Beziehungsweise, man kann es einfach aufhalten. Wenn ich meinen Heatsangriff mache, kann man das mit einem Punch on, ich weiß es nicht. Wenn ich mal gerade ausspiele, dann funktioniert es manchmal. Dann ist der Gegner am Arsch. Aber, äh, keine Ahnung. Ich muss, also den Flow vom Spiel habe ich in der kurzen Zeit nicht ganz verstanden. Obwohl ich jetzt hier mit der Session, also mit der Session jetzt ungefähr fünf Stunden verbracht habe. Ja, das ist eigentlich nicht viel. Aber, um zumindest so dieses Gröbste zu verstehen. Irgendwie, ich verstehe die Kollisionsabfrage hier nicht. Das ist ganz anders. Ansonsten, ja, ich warte dann lieber ab, bis das fertige Spiel rauskommt. Naja, was soll man machen? Äh, das wärs mit der Tekken 8 Close Beta. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Äh, wir haben ja halbwegs was Gutes zeigen können. Halbwegs nix. Äh, und, ja, mein Verständnis für Tekken 8 ist weit entfernt. Also, da ist, das ist so ein ganz anderes Gameplay-Gefühl. Was ja, okay, es ist Tekken 8, das ist komplett neu. Aber da muss man sich erstmal reinarbeiten. Und das ist für mich, der vier Monate, die Close Network Test gespielt hat, ein bisschen, da bin ich, da bin ich zu überfordert fühlt. Irgendwie, keine Ahnung. Manchmal kann ich's, manchmal kann ich's nicht. Also, ich versteh manchmal auch die wirklich. Also, das ist ein bisschen, da haben sie noch ein bisschen Zeit, das bisschen von der Kollisionsabfrage verständlicher zu machen. Äh, und dann gucken wir mal. Äh, dass ich dann mal mich auch mit mehr Charakteren beschäftige, außer nur Shaoyu. Äh, da werde ich auch den Herren hier, der uns böse anguckt. Mal angucken. Bisschen näher. Jun. Leo. Und mal gucken, wenn wir da noch so, äh, anspricht. Aber ansonsten, ja. Das wär's erstmal wieder mit Tekken. Und der Tekken 8 Close Beta. Ja, mal gucken. Äh, äh, ich werd versuchen, das Spiel am Launch Day zu kriegen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns sonst am 28.01. wieder, wenn es um Tekken 8 heißt. Äh, und dann wollen wir mal gucken, wie stark ich mich einarbeiten kann, beziehungsweise wenn wir alle miteinander ein bisschen zocken. Äh, denn hier war es mir nicht ersichtlich, wie man miteinander zocken soll. Auf jeden Fall, ja, der Netcode, der braucht noch ein bisschen Arbeit. Äh, ansonsten läuft's. Auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, ja. Ich bin die Kelly des Game Stage 5. Und wir sehen und hören uns, wenn es wieder heißt, get ready for the next battle. Bye, bye.